Ey Leute, wir sind wieder Schatzi und diesmal spielen wir ein weiteres Slender-Game. In Sanatorium diesmal. Ja. Also privat haben wir es schon einmal durchgezuckt. Aber wir können euch nichts versprechen. Ja und Wani spielt? Ja, leider. Nach der Hound-Reihe muss ich mal wieder dran. Genau. Das hat sie sicher nicht getraut. Aber ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Bei diesem fucking Slenderman. Slenderman, Slenderman. Ne, so langsam spielt das nicht mehr witzig. Aber es ist Gott sei Dank die letzte Folge von Slendy. Vorerst. Scheiße. Mal weitere Grusel-Klassiker. Viele Folgen, ja. Ja, aber von Slendy erstmal. Ja, aber The Rake kommt. Ach, The Rake. Forest wollten wir noch machen. Forest machst du. Penumbra, Cry of Fear. Cry of Fear fang ich an. Amnesia. Amnesia, ja. Keine Ahnung. Steht alles noch auf dem Programm. Geh mal geradeaus. Dann... Du rennst für mich. Ähm, rechts. Rechts und dann rechts an der Wand. Rechts an der Wand. Das ist ein Zettel. Du rennst für mich. Ich renne für dich, okay. Zettel Nummer 1. No Escape. Dann ins Badezimmer. Ja. Also wie gesagt, wir haben das privat schon mal durchbekommen. Mit einer Map. Mit einer Map allerdings. Zurzeit haben wir keine Map. Aber ja, wir kennen das dadurch, dass wir das generell schon... Rechts. Rechts. Bestimmt 15 Mal durchgelaufen sind. Mehr oder weniger in- und auswendig da. Dieser Ton. Camps from the forest. Ja. Und jetzt gleich direkt da rechts. Hier? Ja, rechts und dann hinten in den einzelnen Raum rein. Da? Ja, das ist auch eine Sackgasse. Da ist ein Zettel drin. Ich glaube, links an der Wand. Nee, rechts an der Wand. Keine Ahnung. Dann direkt wieder raus. Und dann rennen wir erst mal ein Stück. Genau, und den Löwen wollten wir mal vorbeirennen. Bis hinten durch. Took my girl now coming for your stand auf dem Endenzettel. Mhm. Also wir haben das... Haben uns damals, als wir es geschafft haben, einen Weg, einen festen Weg markiert, den wir gehen. Wo lang? Links. Ach ja. Und dann links. Links? Ja, und dann kommen gleich zwei Räume rechts und links. Und du gehst rechts rein. Da ist ein Zettel, das ist an links im Sackgassenraum. Das heißt, du sammest den Zettel und gehst dann direkt weiter geradeaus. Da an den Kühlschränkenlingern vorbei dann? Mhm. Und dann bin ich gerade selber ein bisschen ratlos. Wo lang? Ich glaube, ich weiß wo lang. Du gehst jetzt an den Kühlschränkdingern vorbei. Ja. Und dann rechts in den nächsten Raum rein. Wo? Rechts. Hier. Rechts in den Raum. Raum? Nee, da hinten in den Raum rein. Siehst du den? Ja. Da gehst du rein und da hängt ein Zettel drin. Dann gehst du da durch. Nein. Dann kommst du durch. Rechts. Da ist zwischen dem Regal. Jetzt gehst du geradeaus. Die zweite links, ne? Ja, die zweite links. Hier links, also. Genau. Jetzt direkt in den Raum rein. Dann hängt direkt. Sackgasse? Rechts. Nein. Rechts der Zettel und dann gehst du da durch. Bist du links oder rechts? Links? Ja. Okay. Ja. Dann gehst du so schräg geradeaus, musst du das... Rechts, ne? Nee, links. Geradeaus. Geradeaus. Dann da rein. Durch den großen Raum durch. Achso, und dann links halten. Ja, genau. Das war das. Ich erinnere an mich. War ja. Rechts, 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 rechts. In den Raum. Genau. Da, ne, gehängt. 7 von 8 ohne Probleme. Ich bin mal eben ein Stück. Geh rechts. Du gehst hinten durch das Bad durch. Das heißt, du gehst jetzt gleich links und dann bist ans Ende. Nichts mehr. Das ist heftig jetzt. Geh ganz hinten durch. Leiser machen. Süß. Du schrägst dich gerade vor jedem Ton. Oder? Durchs Bad durch. Rechts? Ja. Nee, nee, geh links. Dann gehst du dort hinten in die Tür weiter. Ja, den Ton weiter. Geh irgendwie neiser. Geh da rein, geh da rein, geh da rein. Da müsste die letzte Zettel drin sein. Dann gehst du hinten durch raus und dann direkt wieder links. Links, 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 links. Und dann direkt zum Elevator. Geradeaus, geradeaus, direkt geradeaus. Ich sprinte doch schon. Der ist direkt geradeaus, siehst du ihn? Der kann nicht mehr sprinten. Wir wurden da so warm, ey. Oh Gott, wir haben es geschafft. Erstes Versuch. Jetzt kommt die wundervolle Überraschung. Game complete. Wir haben es geschafft. Das zweite Spiel, was wir durchgeschafft haben. Und jetzt lädt er von vorne. Und wir können das Spiel neu zocken. Das machen wir nicht. Nein. Wir haben euch ja schon einmal gezeigt, dass wir das können. Ja. Aber wir wussten alles noch. Ich wusste alles noch. Ja, ich auch so vage, aber... Ja. Ja. Also, die Map kann man sich auf Google einfach suchen. So einfach Slenderman, Sanatorium eingeben, Map. Dann findet man das ganz easy. Ja. Obwohl man auch echt lange braucht, um das so hinzukriegen. Und weißt du, als Slender? Genau. Es ist einfach in- und auswendig können. Und wir haben da irgendwie zehnmal versucht, diesen Weg zu schaffen. Ja. Und hat uns trotzdem im letzten Raum immer getötet. Ja. Ja. Ich bin nicht normal. Nein. Wir beenden diese Aufnahme jetzt auch hier mal. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao.